Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer kleinen A-Z-Offizierserie. Bevor ich aber über den nächsten seltenen Offizier spreche, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auf die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns mal General Martok an. Er ist klasse Ingenieur, hört, hört. Das bedeutet, du brauchst Ingenieursabzeichen, um ihn abzugraden. Er ist von der Gruppe Ketomers Revenge, also Ketomers Rache. Und wenn er Captain ist, kann er von anderen aus der Gruppe Synergien kriegen, wenn die mit ihm auf der Brücke sind. Oder er kann einem Captain aus der Gruppe Synergien geben, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion Klingonen. Das bedeutet, du brauchst klingonische Fraktionscredits, um ihn abzugraden. Und da wir Martok ja aus Deep Space Nine zu Genüge kennen, gibt es diesmal auch einen etwas längeren Text. Der hätte ich schon fast mehr erwartet, weil bei denen, die aus Serien oder Filmen sind, sind hier immer längere Texte drin. Es gibt ja zu jedem Offizier einen Text, aber die, die Scoply sozusagen erfunden hat, oder die einfach nur Statisten in irgendeiner Serie oder im Film waren, da sind die Texte immer relativ kurz. Aber bei Martok, wenn du Deep Space Nine nicht gesehen hast, solltest du dir den Text mal durchlesen. Wie du schon hören konntest, hat er ein Kapitänsmanöver und das ist Oberkommander. Interessante deutsch-englische Mischung. Das bedeutet, dass Martok erhöht den Schaden der kinetischen Waffen des Schiffes um 50%. Er ist also ein typischer klingonischer Kommandeur, weil kinetische Waffen findet man gerne bei klingonischen Schiffen. Und da musst du auch drauf aufpassen. Auf einem Schiff, das keine kinetischen Waffen hat, macht Martok als Captain überhaupt keinen Sinn. Wenn du aber so ein Schiff hast und weil man Martok normalerweise jetzt nicht so spät bekommt, könnte er auch als Captain zwischendurch Sinn machen. Und seine Offiziersfähigkeit ist unerschütterliche Loyalität. Er hat sich ja sogar geweigert, gegen Gauron vorzugehen, als er das beinahe absichtlich aus politischen Gründen und aus Egoismus den Krieg gegen das Dominion verloren hat. Aber Martok erhöht das Ausweichvermögen des Schiffes um 800% der gesamten Crewverteidigung. Und das ist eine nette kleine Hilfe. Also wenn du irgendwo länger durchstehen möchtest oder vor allem, wenn du auch Gauron passte, glaube ich, auch noch mit dazu bei der Ketomers Revenge. Manche Sachen sind so lange her, dass das mit dem Gedächtnis schwierig wird. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Ich werde auch was älter dieses Jahr, nämlich mit dem runden Geburtstag ganz nebenbei. Das sind nur noch, und jetzt will ich das filme, sieben Wochen. Dann bin ich offiziell uralt. Aber nichtsdestotrotz, es kann dir helfen, länger durchzuhalten beim Jagen von Feinden zum Beispiel. Natürlich hat er als seltener Offizier auch noch zwei mögliche Fähigkeiten für Außenteams. Das ist Krieger- und Hingebungsvoll. Da werde ich jetzt auch ein bisschen mehr freischalten, weil ich Martok dann doch jetzt nur noch für Außenteams einsetzen werde, weil ich einfach zu viele gute Crews habe, dass Martok für mich jetzt auf meinem Level keinen Sinn mehr macht. Aber auf den früheren Levels, wo man Martok dann bekommt und der ist jetzt nicht so ganz schwer zu bekommen, ist nicht der einfachste, aber nicht der schwerste Offizier, da kann er noch guten Sinn machen, gerade wegen seiner Fähigkeit mit dem Ausweichen. Die kann dir schon mal helfen, länger gegen Feinde durchzustehen. Zum Rekrutieren können wir einmal zum normalen Rekrutierungsbereich gehen. Da jetzt nicht zum schönsten, weil wir zur Ultra-Rekrutierung gehen müssen, wenn du mal merkst, dass ich zur Seite gucke. Ich habe natürlich meine Listen wegen meiner Charts, die ich ja auch auf Discord gepackt habe, meine Listen für alle Offiziere, wo ich welchen Offizier denn herbekomme. Und das muss ich natürlich auch sagen können, wenn ich die Videos mache. Und da findest du Martok nämlich hier in der Ultra-Rekrutierung. Wie du siehst, hatte ich nicht jetzt mega viel Glück. Ich habe ihn auf diesem Server sehr früh gehabt, aber danach nicht mehr viele Teile von ihm bekommen, wie du siehst. Das ist halt das übliche Glücksspiel bei den Offizieren, gerade im Ultra-Bereich. Er ist aber zusätzlich noch in einem Bereich, den ich natürlich der Vollständigkeit halber mitbenenne, den ich aber normalerweise nicht nutze. Das ist der Klingonische Elite-Rekrut, weil man eben diese Token, wenn man sie nicht die Party, die man über Missionen bekommt, dann im Fraktionsshop holt. Da braucht man erstmal einen gewissen Ruf dafür, um sie zu bekommen. Und dann sind die einfach schweineteuer. Deswegen benutze ich meine Klingonischen Credits lieber für Rotaran-Baupläne im Moment, weil an den Bauplänen arbeite ich jetzt gerade und benutze das nicht für diese Elite-Rekrutierung. Aber wenn dir noch ein Offizier fehlt, der da drin ist, kannst du das natürlich als zusätzliche Geschichte nutzen. Und dann nächste Woche, wenn ich es richtig gelesen habe in den Ankündigungen, haben wir ja auch wieder Schmelztiegel des Krieges. Dann je nach Level erscheinen ja auch hier ein oder zwei Rekrutierungen dann zum Schmelztiegel des Krieges. Und auch da ist Martok mit drin als einer der Offiziere. Also hast du auch da nochmal eine Chance, Martok-Teile zu bekommen. Natürlich möchte ich gerade von denen, die jetzt noch nicht auf den ganz hohen Levels sind und noch nicht alle Mega-Crews haben, doch wissen, wenn du Martok einsetzt, lass uns doch mal wissen, in welcher Kombination. Und ansonsten, wenn du allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.